Runde 2, herzlich willkommen zu Monstrum. Okay, wir haben jetzt schon den Geist gehabt, wir haben den Gollum gehabt. Und da gab es doch noch einen, ne? Da gab es doch noch so einen... Da gab es doch noch... Wie ist denn das Ding? Das konnte, glaube ich, an Wänden klettern, wenn ich mich recht entsinne. Das haben wir ja auch noch. Jetzt tun wir alles normal machen, ey. Das haben wir schon, das haben wir noch nicht gesagt. Mr. Isu Kobayashi. Eine Sicherung, wir können ja mal versuchen, in den Torpedo-Raum zu kommen. Ich habe gehört, dass Schlauchboot soll am einfachsten gehen. Interessant. Sicherheitshalber mein Meiner auf. Sonst ist hier nichts. Der Hunter, ja, genau, der Hunter. Und der Hunter, den habe ich bei Gronkh gesehen und... War das... Ne, da hatte Gronkh mit, mit, äh, Funk zusammen... Da hatte Gronkh mit Funk zusammengespielt. Funk war in der Reihe. Und da war... ...bei Funk einmal die Hexe. Und sich beide erschrocken haben. Und einmal... ...der Hunter. Das ist sehr schön. Ja, Bolzen-Cutter. Bolzen-Schneider. Ich gehe mal oben zum Schlauchboot. Ich hoffe, wir den haben wir hier nicht. Wir gehen jetzt jetzt auf der Hunter. Der ist so eklig. Und die Hexe ist so... Ist halt die Hexe. Der, der... Der Gollum. Der ist irgendwie so... Und der macht schon mehr Angst, weil er halt so rumstampft. Und mit seinem Licht und so. Ich glaube, da hinten ist auch... Und leuchtet er hier um. Eine kleine Leuchtung nur. Und der Hunter, der ist halt zu... Der ist einfach hier. Bleib mal ruhig da. Mensch. Ist das so richtig? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Was ist... Was brauche ich denn jetzt dafür? Okay, das mit dem Umschrauber, da zackt mir nichts. Ach, Schlüssel. Okay. Okay, dafür brauche ich aber kein Benzin mehr, oder wie? Ja, herzlich willkommen zurück. Ich glaube, da ist der Besucher... ...die sich eine Cola geklaut hat. Ich muss gleich mal was zu trinken holen, ey. Ah, leuchtet der da wieder rum? Sieht so aus, wegen dem Schatten da so. Alter, stell dir das Spiel mal vorhin vorher, Alter. Oh, 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 oh. Würde ich sofort machen. Hier geht's wieder raus, ne? Jo, moin, Gary. Wie's läuft? Äh, Gänsehaut. Äh, schon zweimal gestorben. Ich bin mehrfach erschreckt und panisch geworden. Es läuft. Was, du baust eine Maschine, die das Öl in den Umschrauber tankt. Ja, ja, ja. Wo wird das finden? Gucken wir mal. Ist das Geräusch eklig. Ist das Geräusch eklig. Oh, ich glatz auch noch in die Kamera. Ach, ja. Ich möchte da aber oben hin. Na, komm her. Ich knipp's dir da Licht aus. Nee. Dann läuft's ja gut, ja. Das war doof. Das war doof. Ich kann auch gut weg. Jetzt bin ich schon wieder hier. Scheiße. Boah, Alter, ich erschrecke mich ja. Jedes Mal, Alter, jedes Mal. Ja. Okay, 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 okay. Äh. Ah, jetzt bin ich schon. Was soll das denn? Äh. Ja, auch nix. Pst. Mann, Alter. Ist das, wie gut, ey. Äh. Okay. 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 Ich seh noch was. Äh. Ach, das war doch hier für, für, für. Genau, das ist ein Boot. Mann, gut, man kann ihn dann in seinem Licht erkennen, ey. Ah, ich will das wieder. Sag mal, Geri, ist bei dir eigentlich wieder alles gut? Oder gab's da noch irgendwie, wie morgen gestern, Stress, was ich nicht hoffe? So, warte mal. Einmal ganz kurz. Jetzt geh mal weg, Doppel-H, du. Da ist das Boot. Dafür bräuchte ich das Klebemund. Und Anti-Rust. Ja. Reichtvergleich brauche ich nicht. Benzin kann ich auch nicht brauchen. Ja, dafür habe ich jetzt momentan nichts. Scheiße, aber, naja. Ähm. Ach, kann ich ja nicht mitnehmen. Okay. Dann nehme ich das wieder mit. Okay. Okay. Hey, eine Taschenabelle. Wow. Taschenabelle. Das Radio nehme ich immer mit. Alter. Nein. Okay. Okay. Nein. Nein, nur. Hey, komm. Nehme mich nicht. Schnuckelchen. Lass er. Na gut, gern will man nicht. Er will doch. Wo kann ich jetzt runter? Hier! Mann! Es will nicht ganz, ne? Es will nicht ganz. Es stockt jetzt gerade. Weiter und ich dachte, der wäre weg. Jetzt war auf einmal eine Weile Scheiß. Also gucken wir. Okay. Da war die Kamera. Da kann man nicht reingucken. Ja, das hilft mir nur nichts, ne? Wenn ich den See... Ist eigentlich schon vorbei und wenn... Da müsste ich immer hier hin und das ist... Ne, komm. Da sparen wir uns sicher hier immer. Die zweite Taschen, aber kann ich gebrauchen? Ja gut, wenn du das sagst... Glaub ich dir das mal. Dann hole ich den mal. Was können wir denn mit dem Gegenzug dafür... Ach ja. So. Weiß er immer ja. Aber wofür? Ja. Ich mein... War nicht schon, ne? Jo, immer ganz ruhig hier. Ja, ich muss wieder runter. Irgendwie. Okay. Da kommen wir leider nicht hin. Das ist natürlich doof. Bleiben wir ruhig da. Meine Taschen, aber kann ausgehen. Okay. Warum ist sie überhaupt Blut? Das ist nicht schön. Ach ja, hier komm ich ja nicht lang. Ja, ja. Scheiße. Okay, jetzt sind wir hier. Dann gehen wir mal noch weiter runter. Ich... 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 Aber es hilft mir ja noch nichts. Da fehlen noch... Zwei Teile. Ja. 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 Ist direkt über mir. Ach ja. Alter hab ich mich verschreckt. Du Arschloch. Alter, das hätte sich ja gut als wäre, so... Das Ketchup, das ist... Hat die mal Pommes dabei? Ach ja. Schön. Alter, ich bin echt in den In- und Hergessen zwischen geil und Gänsehaut. Also, GG. Ich muss noch mehr Teile finden, damit ich immer weiterkomme. Ja, ja. Ja, ja. Alles fertig, oder? Oh, geht nicht. Ach, Moment. Das war hier, ne? Oh. Boah. So. Atombatterie rein. Radio nehmen wir mit an Bord. Das brauchen wir. Die brauchen wir dafür hier. Dann stelle ich die auch mal hier rein. Mit Knarzt hier, oder? Zack. Ah, okay. Das kann ich auch nicht drücken. Hm. So, da fehlt mir jetzt also noch ein Schweißbrenner. Und noch irgendwas. Was ist denn das? Moin. Tschüss. Ich hasse die. Ich nenne ihn jetzt einfach Benjamin. So. Wie man sieht, hier war ich schon. Schön. Da war ich auch schon. Alles klar. Ich sollte mir immer merken, wo ich war. Warum jetzt zwar nicht, aber... Nimm mal mit. Gut. Nimm mal zwei mit. Ja, soweit ich weiß, gab es auch nur drei Monster. Also nur. Wo komme ich denn hier durch? Ach. Ist der Anfang. Ey. Ach. Warum nicht? Was sollte ich, äh... Ja. Golem Monster sagte, der andere gibt es dann halt noch den Goblin. Äh, den, den, den. Der Goblin. Golem. 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 Und die Hexe. Und alle drei mag ich nicht. Benjamin am wenigsten. So muss ich aber echt gucken. Ja, Mann. Das ist doch... Also ich war gerade auf Deck 4, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ne. Gut. Wir kommen von Deck 1, weil da ist das U-Boot. Gehen wir jetzt mal Deck 2 ab. Mmm-hmm. Schi. Schau! Geil. Einmal nicht aufgepasst. Beim nächsten Mal sind wir tot. Das ist nicht gut. Auch schon wieder hier, meine Güte. An Ben ja wieder. Nimm doch mal ein bisschen ab. Kann doch noch ein bisschen sehen. Da geht man es. Hier war das U-Boot, ne? Nein. Doch. Hier war das U-Boot. Das heißt, wir können noch ein tiefer. Das konnten wir, glaube ich, da hinten, ne? Wenn mich nicht alles durch... Nicht. Geil. Ach ja, jetzt. Ja, ich weiß, ja. Ja. Da waren wir auch schon. Alter, die Orientierung ist hier gleich null. Da war ich schon. Und ich weiß, hier war ich auch schon. wo ich... Ich meine, ich habe hier noch nicht alles durchsucht. Ja, wie man sieht. Alter, ist das ein Scherz. Leck mich, leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. Scheiße. Ja, das war so ein... ...Hunterviech, was äh... ... an der Wand krabbeln kann, meine ich. Das war richtig eklig. So. Ich weiß, ich bin zwar beim Monster. Muss ich aber lang, weil ich hier, hoffe ich, noch nicht war. Das gibt's doch nicht. Gib mir doch mal irgendwas, Spiel. Okay, hier war ich noch nicht. Da haben wir den Schweißbrenner schon mal sehr gut. Da haben wir den Schweißbrenner schon mal sehr gut. Okay, dann jetzt zurück. Ah, Yanni ist online. Ja, nice. Da können wir ja... Können wir sonst gleich was... Alter. Ich weiß nicht, Gary, was hast du noch vor? Wenn du noch klar bist. Alter, ich... War das hier? Nein. Und zwar... ...hier... Ich weiß nicht genau. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Der macht mich kirre, der macht mich so kirre, Alter. So, hier haben wir den Schweißbrenner. Aber was muss vorne rein? So, was, was muss denn? Ach, warte mal, kann ich ja gucken. Äh. So, Headlights. Ach du Scheiße, wo finde ich denn die bitte jetzt? Oh, Kacke. Die Lichter, wo finde ich die Lichter? Warte mal, dann kann ich ja das schon mal wieder abschmeißen hier. Guck mal, willst du die Radio hören? Okay, da ist nichts. Alter. Jetzt will ich das schaffen, ne? Jetzt will ich das wirklich schaffen. Dann habe ich eigentlich auf Hoffen, habe ich gedacht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, okay. Ja. Ja. Ich hoffe, hier war ich noch. Ja. Vergiss es. Ich bin ganz nah am Körper. Ach, Gary, kannst du mir nichts bei Nampen verkaufen? Dann wäre ich hier fertig. Ist mein Frühjahr da nicht hochgekommen? Ja, oder? Ja. Zwei Lampen brauche ich. Kann ich aber die nehmen? Komm schon, zwei Lampen. Ich will doch nur einmal fertig werden hier. Das war jetzt. Das war ja anders, ne? Ich würde mal da aufmachen. Okay. Okay. Die kann man auch nicht aufmachen, ne? Kann man. Gut, denn. Ja, Medizin, wozu brauche ich die Medizin hier, ehrlich? Hier geht es doch gut. Benjamin, halt Schmaul, sei vernünftig. Nein, nein, warum bin ich blöd? Moin. Oh, oh, oh. Lass uns doch mal, Benjamin. Alter, geh doch einfach weg. Lass mich doch einfach die Dinger öffnen. Oh, oh, oh. Moin. Moin. Ja, ich gehe hier rein, komm nicht. Jetzt an Südhaus und dann geht es drüben. Oh, was? Oh, Phineas? Oh, Phineas? Oh, Alter. Die Technik, die Technik. Fertig. Anis, Taddeus. Drehen. In die Hände klatschen. Mach den jetzt mal auf, ja. Oh. Ah. Ah, okay. Ja, sehr gut. Hallo, hallo? So. Ist er noch der Zero? What about? Nope. Ab jetzt. Ah. Ich brauche also, wenn sie, dass ich vorhin hatte und jetzt nicht mehr. Yay, yay. Gut. Ja. Ja, nö, weißt du. Ja, ich weiß, aber dann zieht er mich da raus und dann bin ich ja nicht tot, weil ich bin ja schon einmal angekratzt worden wegen dem Eisluftmündingsbumsen-Wichtelkratz. So gut, dann mach ich den jetzt mal an. Na, auf. Ja. Und dann gehe ich jetzt mal in eine rein. Ja, zu, Mann. Jo. Ich hab den Taschenabend, ja? Ich hab zwei Taschenabend. Ja. Dein Yermin ist nicht nett. Ich glaub, Otto, der wird heute ärger kriegen, nur. So, ich brauche immer noch zwei Lampentaschen. Ich mein, ich hab ja das Radio. Wenn ich jetzt noch eine Tür finde, die nicht geöffnet ist, wird mir das ja weiterhelfen. Und hin... Ja, genau, das wollte ich gucken, genau. Also, ich glaube nicht... Ähm... Wo war denn das noch? Das war hinten, ne? Da wollen wir mal runterkommen zum U-Boot. Da waren ja auch Container, da hast du recht. Ich weiß halt nur nicht, ob man da, ähm, rein kann. Ne, ein Versteck ist es nicht, das stimmt. Aber... Ähm... Dass man da, ähm, 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 ne? Du bist schon. Äh... Da geh ich ganz runterkommen. So, der war irgendwo... Der war ich schon? Da war ich schon überall. Oder? Ne. Lampen? U-Boot-Lampen? Hallo? Hat ja keine U-Boot-Lampen versteckt. Komm schon. Noch ein Radio. Ja, toll. Mir reicht eins. Teil mal über den Monsters von da. Alter. Blödes Spiel. Genau, hier. Genau. Wenn ich hier jetzt nur Containern sind, dich aufmachen kann, das wäre natürlich... Das wäre natürlich super. Das müsste da oben sein. Alter, ich muss pinkeln, ne? Das passt gerade gar nicht. So, hier. Genau, das Benzin hab ich hier in die Treppe auslegen müssen. Was? Lässt der das? Ja, ich löse das. Man sieht nur schwarzen Bildschirmen. Ja, das kann natürlich sein. Horror ist auch schwarz. Muss man auch dazu sagen. So. Hier ist nichts. Ist... Weniger als nichts. Weniger als nichts. Moin. Geh hoch. Moin. Kommt's auch hoch? Ja, das kommt ja auch hoch. Ähm. Ich geh runter. Schön. Schön. Ah, ja. Fast den Hubschrauber geschafft. Fast das U-Gut geschafft. Aber nichts ganz geschafft. Ja, schön. Geil. Ja, bis denn.